Guten Tag meine Krieger und Kriegerinnen da draußen und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Let's Play Mountain Blade Warband auf der Playstation 4. Ja, letzte Folge war ja recht erfolgreich, wir haben ein paar Banditen gejagt und haben mal einen kurzen Plausch mit dem Ledwin Weitschweifer gehabt. Und ja, jetzt gehen wir mal ein bisschen auf Gebirgsbanditenjagd. Guck mal, da sind auch schon welche. Und wenn die runter ins Tal rennen, ist es nur umso besser für mich. Hier geblieben. Hier geblieben. So. Weil davon müsste ich nämlich, es gibt sogar noch Trophäe dafür, habe ich gelesen, wenn man 10 Trupps von denen jagt und außerdem finde ich... Oh, 58. Ah, die haben sich mit dem anderen... Die haben sich mit dem anderen Trupp da zusammengeschlossen. Egal, 58 ist trotzdem kein Problem für uns, das kriegen wir hin. Oh Gott. Oh Gott. Tiefer dunkler Wald. Stopp! Männer! So. Ähm, die Kavallerie muss mir nach. So. Die Infanterie muss sofort ein Stückchen nach vorne, weil die sind nämlich sehr nah dran. Ja, mehr so hier hin. So. So ist gut. Da kommen sie nämlich schon alle. So, die Kavallerie sage ich jetzt ganz einfach mal, ihr sollt mal ein bisschen hier hoch. Ach du heilige Scheiße. Sobald die nämlich den Platz geschaffen haben, hier zu flankieren, sollen sie angreifen. So. 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 Und jetzt. Ja. Oh, da kommt der nächste Trupp von denen, sehe ich gerade. Okay. Männer, habt ihr wieder eure Reihen? Ich hoffe. Ja, doch. Das sieht gut aus. Die können ruhig kommen, das passt schon. Ne, das ist einfach frei. So. Und jetzt. Angreifen. Jetzt kommen gleich meine Reiter von der Seite. Ach, sie mit ihrer Lanze. Das ist geil. Zack. Jawohl. Und wir mischen uns natürlich auch nochmal kurz mit ein. Ups, ich wollte gar nicht schießen, aber okay. Ich wollte eigentlich nicht schießen, aber naja, egal. Oh, der hat gesessen. Das ist einfach nur ein Metzl-Fest hier. Das ist, die haben sowas von keine Chance. Hier geblieben. Ah, Mist. Hey, wohin wollt ihr? Oh, der hat das Schwein gehabt. Ich hab ein bisschen zu blöd nach oben gezielt. Ah. Er nun wieder. Kommt mir so vor, als wäre er der Anführer. Was willst du denn? Weg mit ihr. Der Anführer gehört mir. Yes, ihr seid jetzt Stufe 24. Das ist doch nochmal gut gegangen. Zum Glück haben wir so eine starke Truppe. Der Iremus, wie er sich freut. Find ich schön. Mag ich. Acht Stück verwundet. Was? Ihr seid da auf einen Gebirgsbanditen gestoßen. Ja. Ihr habt 88 Soldaten, die gegen ihre einen kämpfen können. Äh, ja. Ähm, Männer. Das ist nicht von Nöten. Das ist auch unehrenhaft. Überlast mir das. Hört auf. Wo ist der denn? Ach da. Och Mann. Oh, der hat einen Pfeil voll in die Birne gekriegt. Toll. Autsch. Der hat echt einen Pfeil voll in die Birne gekriegt. Ihr seid unfair. Jetzt wollte ich mal so ein ehrenhaftes Eins gegen Eins machen. Nö, Brustkuchen. Fopp. Pfeil in den Kopf. Meine Männer sind genauso skrupellos, wie ich mir das eigentlich geerhofft hatte. Aber naja. So ist das nun mal. Ah, wir könnten die eigentlich mal wieder... Also wir könnten... Oh, wir können einen Nordrusskall machen. Scharmützler. Scharfschützer. Okay. Waffenknecht. Wieder ein Ritter mehr. Das ist gut. Ja. Der Nordkrieger hier, die steigen einfach nicht auf, die zwei da. Die hier auch nicht. Naja, die werden schon noch kommen. Nehmen wir die gefangen, nehmen wir sie nicht gefangen. Nö, eigentlich nicht. Was haben die denn da? Pelzgespannter Schild. Aha. Okay. Was haben sie hier noch so? Ein einhändiges Schwert. Ein Holzschild. Die haben zumindest mal wieder ein paar Sachen. Aber die sind ja... Ihr seht selber. Es ist nicht so das Wahre. Die müssten wir eigentlich verkaufen, den Plunder. Das war jetzt... Das waren zwei Trupps Gebirgsbanditen. Ist hier eine Stadt in der Nähe? Braven ist hier. Da unten ist Jalen. Ja, reisen wir halt mal schnell nach Jalen. Hoffentlich erklären die uns jetzt nicht gerade jetzt den Krieg. Das wäre nämlich sehr, sehr schlecht. Da wäre ich nämlich sehr, sehr traurig. Ach, guck mal an. Gebirgsbanditen. Die holen wir uns auch noch. Das ist eine hübsche Stadt hier so direkt so am Meer, an der Küste. Das ist eigentlich schon nice. So, wir gehen mal zum Marktplatz. Ach ja. Ui, 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 ui. Oh, die haben Käse, die haben Fisch, die haben Dörrfleisch. Oh, das ist gut. Okay. Okay, wir müssen erstmal den ganzen Kram verscherbeln. So, das, das, das. Wurfspieße. Naja. Die brauchen wir nicht unbedingt. So, erstmal alles verscherbeln, was nicht nid- und nagelfest ist. So, wir kriegen 600. Das ist gut. Das heißt, wir können auch ein bisschen was. Ja, gut, das ist verfault. Da kaufe ich extra das gute Zeug, weißt du. Und dann essen sie es nicht mal. Kommen wir noch Räucherfische, Kohlkopf, ein paar Früchte. Oh, das ist Vielfalt, oder? Das ist Essensvielfalt. Da kriegen die einen schönen Boost. Und wir haben sogar noch Geld verdient. Das ist schön. Was haben die eigentlich schon an Waffen? Och. Das ist mir gerade so ins Auge gesprungen. Ich weiß nicht, warum. Nordisches Kriegsschwert. Was haben wir denn hier so für Waffenreich? 95, was hat denn das? 105. Das Breitschwert ist ein bisschen besser. Langes Breitschwert. 105. Ausgewogen. 36, 31. Ja, es ist das gleiche wie meins. Langes Breitschwert ausgewogen, ja. Wurfsperre. Aha. Langer Stachelstreitkolben. Wurfdolche verbogen. Was? So was verkaufen die? Oh, ne. Das ist das Zeug, was ich denn verkauft habe. Ein Eisenstab, eine Berdisch-Kerkid-Pfeile. Kerkid-Pfeile verbogen. Da steht nichts, was die machen. 21 Schaden auf dem Kerkid-Boden. 20, 22. Ich muss meine Bogenzugkraft entweder erhöhen oder ich kaufe mir halt doch mal so einen hübschen Zweihänder. Eine Jahrritz geworfen und Stangenwaffe. Aha. Aber das sieht nicht so gut aus. Wie gesagt, eine Lanze wäre vielleicht auch mal was Feines. Oder doch so eine Berdisch oder so. Aber das sind alles so Sachen, die kann man sich immer noch mal überlegen. Ähm. Okay, die sind noch null. Also die sind uns gleichgültig gegenüber. Das ist eigentlich nicht so schlimm. Ich wurde ja auch mal gefragt, ähm, ob es in dem Spiel hier möglich ist, auch einfach, ähm, ohne großes Schlachten und so auszukommen. Einfach so wie ein richtiges RPG, durch die Länder reinzuziehen, Questen zu erfüllen und so. In der Tat ist das sogar möglich. Oh, wir helfen mal schnell den Bauern hier. Ja. Wir helfen schnell den Dörflern. Ähm. Ja, es ist in der Tat möglich, hier einfach, äh, ganz, ganz gechillt quasi durchs Land zu ziehen. Ohne sich irgendwie im Königreich anzuschließen. Einfach neutral verhalten. Das ist natürlich eigentlich nicht Ziel des Spiels. Aber, ähm, man kann. Man kann den Dörflern helfen, man kann den Gildenmeistern helfen, irgendwelchen Grafen, die, die halt Aufträge haben. Ähm, sowas kann man immer mal machen. So, wir greifen jetzt mal an. Das soll der eigentlich, ja, da brauche ich eigentlich gar nichts zu befehlen. Ich denke mal, unsere Ritter alleine schon werden die, wieder mit dem Wohin reitet ihr. Ach so, hier unten ist der beste Übergang anscheinend. Oh nein, Wasser. Trippel, trippel, trippel. Hihi. Hey, da kam was geflogen. Immer diese Gräben. Das ist immer so, ach, du Sau. Komm her. Ich sehe nicht. Das war's. Ja, das ist halt so. Ach so, wir sind ja noch ein Level aufgestiegen. Ah, hab ich total vergessen. Sorry. Gut, wir haben ihm geholfen. Die Dörfler sagen natürlich vielen Dank. Das ist natürlich nice. Wir helfen, wo wir können. Das ist auch gut für die Moral. Äh, ja, ein Filz holt, Zalumt. Ja, Kaufpreis 2. Ne, weißt du was, bevor ich da mit meinem Inventar zumülle, lassen wir's einfach. Gut, die haben wir erledigt. Da sind noch ein ganzer Trupp Gebirgsbanditen. Und die hauen ab. So, bevor wir uns jetzt um die kümmern, kümmere ich mich jetzt erstmal auch hier um das. Ein Nordhuskal wieder mehr. Ein Scharfschütze wieder mehr. Ah ja, Nordkrieger mehr. Das ist gut. Scharmützler, natürlich zu Armbruststützen, ist Chlor. Ach da. So, jetzt haben wir keine, keine Dings, Miliz, äh, Dings mehr. Okay, so, wir machen da, da machen wir mehr Scharmützler. Wir machen einfach mehr Scharmützler, ist gut so. Okay, ähm, jetzt bin ich allerdings mal dran. So. Puh, das wird jetzt interessant. Also, Bogenzugkraft könnten wir hoch machen. Handel könnten wir hoch machen. Gefangenen, Handhabung könnten wir auch hoch machen. Ähm, Handel wäre vielleicht nicht verkehrt. Ähm, hm, 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 ja, das ist so eine Sache. Die Eisenschwarte geht noch nicht. Wir bräuchten auch mehr Stärke. Bogenzugkraft bräuchten wir theoretisch eigentlich bald immer. Waffenmeister und so kann ich jetzt eh gerade nicht machen. Also, machen wir vielleicht mal Intelligenz. Dann kriegen wir ja zwei Punkte. Das heißt, ich kann zumindest mal auf, auf Handel und auf Gefangenenhandschaft machen. Oder geht das pro Level? Jede Stufe, äh, die Maximale haben Sie angefangen um fünf. Ah, okay, gut. Also geht's dann auch da schon mal ein bisschen besser. Damit die Leute auch zufrieden sind, ne? Auch wenn ich, äh, Dings, so, also wir machen mal einmal Intelligenz. Da können wir nämlich auch, oh, Baumeister könnten wir eigentlich auch mal machen. das sind so viele Sachen, die man machen könnte und machen sollte und würde und Handel. Okay, wir machen mal den Handel hoch und die Gefangenenhandhabung. So, damit sind, denke ich mal, alle erstmal bedient. Wir haben noch zehn Waffenpunkte. Jetzt bleibt nur die Frage, was machen wir damit? Gehen wir weiter aufs Bogen schießen? Oder gehen wir vielleicht doch mal auf zweihändig schon mal hinaufziehen? Das ist eigentlich so am niedrigsten bei uns. Ist die Frage, ne? Stangenwaffe wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Wir machen mal da mal ein bisschen was rein. So, fünf Punkte hier und so, mehr ging nicht. Einfach mal ein paar andere Sachen mit hochziehen, ist ja auch nicht verkehrt. So, gut, dann haben wir das. Wir holen uns jetzt den Trupp Gebirgsbanditen hier, weil der halt gerade so schön in der Nähe ist. Hier geblieben! So, jetzt haben wir sie. Okay. So, die holen wir uns. Ja, das ist ja easy. Die holen wir uns, das ist gar kein Problem. Ah, das Terrain hier ist auch ganz okay. Wisst ihr was? Hier der Hügel ist eigentlich ganz angenehm. Wir bleiben mal kurz hier. So. Männers. Ah, die Kavallerie soll mir mal nach. So, mir nach. Die Infanterie ist ja eigentlich eine schöne große Armee haben wir jetzt hier. Geht nach vorne. Ihr dürft die Bogenschützen nicht ungedeckt lassen. Ja, die formieren sich auch klug. Ich habe gerade mal geguckt, also die, die, die achten auch so darauf, dass die Bogenschützen wirklich hinten dran sind. Feuer! Fupp, da fliegen die Pfeile. Wir lassen die einfach kommen. Warum soll ich denn jetzt mir noch die Finger schmutzig machen? Oh, ich stehe falsch rum. So. Feuer! Ja. Ihr habt einen verbündeten Soldaten getroffen. Nein, das wollte ich nicht. Tut mir leid. Ja, das ist ja, ich meine, man sieht es ja hier. Das ist ja wohl mehr ein Metzelfest. Da hinten haut schon einer ab. Den holen wir uns. Die haben eh keine Chance. Die werden geschlachtet. Aber den da. Der, der hier so am weitesten wegrennt. Den holen wir uns. Komm, 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 komm. Oh Gott. Oh Gott. Oh, der hat gesessen. Die anderen sind ja eigentlich eh. Die sind schon Geschichte. Wenn sie nicht schon abgehauen sind. Schussschwierigkeit. 1,2. Oh, das ist ein bisschen wenig. Lasst sie den Mann ruhig entkommen. Wir können ja eh nichts. Können ja eh nichts machen. Wenn sie abhauen, hauen sie ab. Sind sie? Ach, da hinten rennen sie. Ja, weg sind sie. Ja, das war jetzt nicht so. Einer ist verwundet. Ah ja. Wisst ihr was? Wir können ja jetzt 10 mitnehmen. Also nehmen wir den mit. So. Gut. Ähm, irgendwer war noch bereit zum Aufstieg. Das habe ich gesehen. Ah ja, schwadische Milizen. Okay, gut. Oh, was haben wir denn da? Hm? Ein Spalthammer. Hm? Der ist sogar nicht mal schlecht eigentlich. Eigentlich, aber naja. Egal. So, wir nehmen den Kram mit und verlassen mal das Land hier, der Krodoch. Weil ich nämlich irgendwie, ich weiß nicht warum, verjagte Feinde reisen nach Jalen. Nach Jalen? Ach so, die wollen hier in die Stadt. Oh ja. Macht was mit eurem Leben. Ihr habt Glück, dass ich euch nicht noch jage. Hm. Wir reisen mal hier oben durch. Warum eigentlich nicht? Wir reisen einfach hier oben durch und dann wird schon alles gut werden. Wen haben wir denn da? Deserteure. Uh. Deserteure sind immer ein bisschen härter. Die könnten wir uns eigentlich schnappen. Ha. Ausgebildete Rodok Ambrus. So. Das wird mal ein Kampf. Der wird mal interessanter. Hoffentlich ist das Terrain. Oh Gott. So. Ich sag denen erstmal, die sollen hier hoch. Ansehenswert für dieses Gefecht ist 3. Okay. Kampfverteil ist 2. Das ist okay. So. Wir müssen erstmal gucken. Es sind ja Bogenschützen. Wir brauchen die erhöhte Position hier auf dem Berg, um denen entgegenzuwirken. Wenn wir Glück haben, schaffen wir es auch noch. Bevor sie kommen. Ich weiß gar nicht, wo sie kommen. Oh. Ha. Scheiße. Ähm. Ja, das war jetzt doof. Männer, ihr sollt vielleicht doch 2 Meter weiter nach vorne. Entschuldigung. Ich muss da mal durch. Schön, wie sie hier in so einem Trupp voranrücken. So. Jetzt muss ich allerdings erstmal auf die Karte gucken. So. Die Infanterie soll natürlich dann angreifen, weil wir wollen die ja niedermähen. So. Formiert euch mal ein bisschen neu. Die Kavallerie geht mal hier rüber. Ja. Irgendwo so. Da. Da. Ist gut. So. Genau. Zieht euch mal seitlich zurück. So. Und dann greift ihr an. Das ist perfekt. So. Jetzt sind sie in der Flanke drin. So. Ihr greift an. Und ihr greift auch an. So. Und der Rest kommt von allein normalerweise. Die hauen ja jetzt schon ab. Ah. Der ist tot. Der ist tot. Ein Handwaffe hat sich verbessert. Sehr schön. Hey. Wieder die Pfeile hinterher fliegen. Ups. Das war knapp daneben. Ah. Kriegt ihr ihn? Boah. Autsch. Das hat weh getan. Der hat voll mit Streitgold meine gekriegt. Habt ihr das gesehen? Zack. 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 Schießen da noch so schön hinterher. Ich mag das. Zack. Zack. Vor allem was die für eine Reichweite haben. Das ist ja unfassbar. Von schwadischen Armbrustschützen hat er erledigt. Tum. 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 Das war nice. Das war schon ein bisschen schwierigeres Gefecht. Aber das gibt natürlich besseren Loot und mehr Geld und alles drum und dran. Ach. Guck mal, wen wir da haben. Gefangene Feinde. Ah. Die geben natürlich gut Geld. Die geben echt gut Geld. Gefangen nehmen. Gefangen nehmen. Jawohl. So. Ein Nordveteran. Ein Nordhuskal. Ein neuer. Ein schwadischer Armbrustschütze. Ein neuer Scharfschütze. Und ein neuer Armbrustschütze. Die rücken immer so gemeinsam auf. Das finde ich ganz witzig. Die hier, das sind so die Nachzüge irgendwie. Ich weiß auch nicht. Das ist wahrscheinlich, weil die ganz unten sind. Kommen die nicht zum Einsatz. Sagen wir es mal so. Was haben wir denn hier? Mh. 44. Ne. Da hat der Bunduk eine bessere. Viel besser. Aber den Rest. Ja. Der Rest kann man eigentlich alles verkaufen. Sehr gut. Wieder einen schönen, schönen Loot-Trupp gemacht. Wie gesagt. Diese Folge hier einfach mal ein bisschen leveln. Ein bisschen durch die Gebirge reiten. Und alles niedermetzeln, was uns in Quere kommt. Was? Ah ja. Weigir und Königreich Schwadien haben Frieden geschlossen. Okay. Königreich der Nordmänner haben Frieden miteinander geschlossen. Auch? Das heißt, wir haben jetzt nur noch Krieg gegen den sarantanischen Sultan. Anscheinend. Ich weiß. Also wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ich weiß. Ich bin da ganz, ganz schlecht drin. Wow. Hier sind viele Trupps Gebirgsbanditen. Also holler die Waldfee. Die hauen aber alle vor mir ab. Und ich will die auch nicht zusammenkaschen. Weil sonst haben die nämlich eine größere Armee als ich. Okay. Veluka wurde eingenommen? Vom sarantanischen Sultanat? Was? Was? Die haben doch hier ihren Kram. Ach du heilige Kacke. Die haben hier aber ganz schön gegen das Kergit verloren. Ja. Sehe ich gerade. Wow. Das Kergitkanat. Äh. Kergitkanat. Eie. Eie. Nein. Meine Zunge. Die haben den ganz schön eingeheizt. Und wir. Haben wir jetzt eigentlich mal die Riemen eingenommen? Ne. Gehört den Vagir immer noch. Das Blöde ist das Rot von den Schwaden. Und das Weiß von den, ähm. Von den Vagir. Das nimmt sich nicht viel. Ihr seht's ja hier. Weißt du? Wenn man ganz nah rangeht, dann sieht man's. Das gehört uns. Das gehört denen. Das sind, das ist so ein ganz leichter Unterschied. Das sieht man manchmal gar nicht. Ganz schlimm. Hm. Wertcheck haben wir auch verloren. Oh. Was machen die denn da oben? Die Nordmänner verlieren auch immer mehr. Sargot haben wir auch schon wieder verloren. Was ist denn hier los? Ja. So langsam, so langsam. Kommt die Prophezeiung. Dass, äh. Dass die Schwaden. Wahrscheinlich auf den Sack kriegen. Aber. Noch ist nicht aller Tage. So. Wir reiten da mal vorsichtig hin. Hier ist noch ein Trupp Gebirgsbanditen. Hier ist auch noch ein Trupp Gebirgsbanditen. Aber die sind ja alle egal. Ja. Das sind immer noch Soldaten bereit zur Aufwertung. Das ist ja Wahnsinn. Ähm. Oh. Okay. Warum nicht? Oh. Neuer Ritter. Auch gut. Boah. Der sollt. Wenn ihr mal unten guckt. Die wöchentlichen Kosten. Wir sind schon bei 2000. Puh. Da grummelt es in meinem Bauch. Also ganz gehörig sogar. Aber naja. Das kriegen wir schon. Wie viele sind denn hier beim. Bei diesem Land. Äh. Bei dieser Stadt. Können wir die nehmen? Können wir sie nicht nehmen? 175. 175. 175. Ist eigentlich gar nicht so viel. Ne. Wenn ihr mal drüber nachdenkt. Da sind ein paar Fußsoldaten. Die wäre gar kein Problem. Wir machen mehr die Meisterbogen schützen und der ganze Kram. Mehr Gedanken. Wir könnten die Stadt wieder zurückerobern. Das wäre doch was. Oder? Würden wir das schaffen? Ich weiß es nicht. Das wären da allerdings nicht so viele. Müsste ich mal gucken. 175. Wir haben 88. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Allerdings ist es die schwächste Stadt, die ich jemals gesehen habe bis jetzt. Ich will allerdings auch nicht meine Armee verlieren, weißt du? Wenn wir jetzt wieder auf den Sack kriegen, ist das wieder schlecht. Andererseits Risiko könnte man ja auch mal eingehen. Ach, ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir es lassen. Belagert die Stadt. Ich weiß nicht. Ne. Ne, wir lassen es erstmal. Es läuft gerade so gut, als dass ich wieder eine blöde Entscheidung treffen würde. Das ist mir zu riskant. So, hier müssen wir mal aufpassen. Weil ich nämlich nicht genau weiß, wer hat denn das geplündert? Bestimmt die Banditen da. Das ist Burg Elegon. Wer ist denn das? Kergit Kanat. Naja, okay, gut. Dorfbauern. Wen haben wir denn da? Waldbanditen. 42? Tja. Oh, oh, da ist irgendein Gefecht. Menschenjäger. Haben gewonnen. Wah. Wer ist denn das? Hier geblieben. Was haben die für eine Geschwindigkeit? 4,5. Und wir haben 5,2. Wir würden die sehr schnell einholen, ne? Oh, im Wald kämpfen ist noch eine Sache. Aber die würden wir niedermachen, oder? Naja. Sagt mir eure Namen. Es ist immer gut, den Feind zu kennen. Ähm. Mein Herr, ich bin Black Devils. Wir sind immer höflich. Vassal sagt natürlich, du bist eine Fürst von Fischara und mit nun. Ah ja, mit nun. Mit nun vergangen. Worum geht das? Ähm. Ergebt euch oder sterbt. Sollen wir ihn angreifen? Gibt uns bestimmt gut Ehre, ne? Allerdings, weiß ich nicht. Die Sultan. Ich würde gerne etwas privat. Okay. Weißt du was? Wir greifen ihn einfach an. Ja, ich weiß. Ich weiß. Wir sind gerade mit dem Krieg. Und es ist ganz blöd. Nun. Wenn ihr mir keine andere Wahl lasst. Okay. Hoffentlich passiert da nichts Schlimmes. Okay. Männer, 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 Männer. Hier vorne auf dem Hügel positionieren. Die Kavallerie soll unbedingt zu mir. Das ist jetzt ganz wichtig. So. Infanterie haben wir 21. Okay. Oh, da kommen sie von der Seite. Okay. Wir lassen die kommen. Die Bogenschützen auf jeden Fall hinter die Linien. Aha. Was mache ich denn? Scheiße. Positioniert euch. So. Blockt mich doch bitte nicht. Da vorne sind sie. Es sind viele, viele Pferde. Okay. Aber unsere Bogenschützen sollten die auf jeden Fall schon mal aufs Korn nehmen. Fußsoldaten-Veteranen wurden getötet von unseren Leuten. Das ist gut. Die flankieren uns einfach, die Schweine. Okay. So, kommt. Wir lassen sie auf jeden Fall angreifen. So, jetzt aber. Ah, meine Batterie. Ich sehe gerade gar nichts. Aua. Wer war das? Aha. Ich habe gar nicht gesehen, dass der noch da war. So, wir müssen unbedingt die Reiter töten. Reiter sind die schlimmsten von denen. So, ich müsste mal der Infanterie sagen, dass er angreifen soll. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. So, kesselt sie ein, dass sie ja nicht abhauen können. Okay, kommt schon der nächste Trupp. Oh, lasst mich doch mal hier raus. So, und jetzt kümmert euch da um die Fußsoldaten von hinten. Was? Ein Nordhuskerl wurde getötet. Nein. Schnappt sie euch. Du entkommst mir nicht. Ah. So, wie viele sind da jetzt noch übrig? Da hinten kommt noch ein kleiner Trupp. Unsere Scharfschützen sollten das eigentlich aus der Distanz hinkriegen. Das heißt, wir müssen jetzt unseren Truppen helfen. Hüah. Die Nordhuskerle räumen ganz schön auf. Das ist ja der Hammer. Hier geblieben. Zack. Na also. Okay, wir haben leichte Verluste. Aber das war zu erwarten. Es sind schließlich auch ausgebildete Soldaten. Genau, genauer gesagt. Ein, ein Armbrustschützen, ein Huskerl. Okay. Den holen wir uns wieder. Ausgerechnet ein Huskerl. Weißt du? Ausgerechnet. Aber dafür haben wir ganz schön was von denen niedergeschlagen. Schafft er es zu fliehen? Oh. Mist. Gerettete, gefangenen, Waldbanditen. Ja, ob ich die retten wollte. So, wir gucken mal. Wer sind denn hier die teuren Leute? Warte mal auf. Diesen. Der ist teuer. Den nehmen wir gefangen. Der, warte mal. Wir können eins, zwei, drei noch mitnehmen. Das heißt, wir holen uns auf jeden Fall den Reiter. Und ich tippe mal darauf, dass der Bogenschütze... Ich weiß nicht, wer besser ist, aber ich glaube, der Bogenschütze ist besser. Also nehmen wir die noch gefangen. So, jetzt haben wir zehn Gefangene. Und wir müssen natürlich hier gleich mal einen wieder zum Huskerl nennen. Und einen zum Scharfschützen. Und einen zum Armbrustschützen. So. Gut. Okay, dann. Ach, du Heilige. Huiuiuiuiui. Sarand... Was? Sarandinisches Schwert ausgewogen. 29, 22. Ja. Oh, ein hübsches Pferd. Ein Hohlkreuz allerdings. Rüstung 10. Geschwindigkeit 39. Manöne Angriff 16. Was hat denn eigentlich mein Pferd? Geschwindigkeit 33. Manövrieren 39. Rüstung 18. Angriff 24. Das ist manövrierfähiger, fähiger und schneller. Aber meins ist besser gepanzert. Interessant. Was hat denn hier noch so ein paar Stachelknüppel? Okay, ein paar Klamotten von denen. Plus 21 auf Kopfschutz. Naja. Eisener Streife ist schartig. Nicht ausleben kann Blockaden. Ja. 20. Es ist schon gutes Zeug dabei, aber... Warte mal, da müssten wir vielleicht mal ein bisschen tauschen. Das Pferd, ja. Ähm, warte mal. So, wir tun mal... Kauspreis. Wir tun mal den billigen Kram weg. Wir müssen gerade mal gucken, so den Scheiß hier. Weg, weg. Weg, weg. Äh... Was haben wir denn hier noch? Das weg, das weg. So, und nehmen wir den teuren Kram mit. Weil das ist ja eigentlich das, was mehr wert ist. Tauschen wir ein bisschen aus. Ups, mehr können wir gerade gar nicht mitnehmen. Egal, das soll reichen. So, wir haben auch noch gute 400 Dinare erhalten. Und wir haben uns wieder ein bisschen Ehre verschafft. Ja. Das ist doch gut gelaufen. Das hat er davon, dass er unsere Ländereien hier geplündet hat. Bunduk ist jetzt Stufe 15. Oh, sehr gut. Graf Harrington. Wisst ihr was? Wir mischen uns da nochmal kurz mit ein. Weil wir können ja schließlich dem Graf Harrington nochmal helfen. Wow, der hat viele Reiter. Kampfvorteil ist 12. Ey, ihr zwei da vorne. Weißt du, die sind schlau. Die rücken nur langsam vor. Bis sie den Befehl wahrscheinlich erhalten. Wo ist denn der Graf Harrington? Ich seh ihn gar nicht. Ja gut, wir wollen mal nicht so sein, ne? Okay, jetzt könnt ihr angreifen. Rücken als zweites vor. Das sollte ja sowieso eigentlich kein Problem sein. Aber ich gehe gerne auf Nummer sicher. Ihr wisst ja. Ja, das ist schon gelaufen. Das war ein kurzer Ansturm. Und den da, da hole ich mir. Oder lassen die mir den übrig? Nein, natürlich nicht. Graf Harrington setzt anscheinend viel auf Ritter. Ja. Wo ist denn überhaupt der Graf? Ich hab den gar nicht gesehen. Hier rennt es. Ich könnte meinen, er ist bestimmt einer, der hier irgendwie so auf dem Pferd sitzt. Wahrscheinlich er, oder? Nee. Nee, auch nicht. Bist du es? Ja, du bist es. Ah, der Graf. Natürlich. Hey, der macht's genauso wie ich. Der hat auch Schwert und Schild. Das ist schön. Na, also. Da. Graf Harrington von minus 1 zu 0. Ja, gut. Wir können eh nichts mitnehmen. Noch 58 Dinara abgegriffen. Sehr schön. Das war vollkommen in Ordnung. Das war eine solide Schlacht. Und, ja. Mehr wollte ich ja gar nicht. So, jetzt müssen wir erstmal Marktplatz. Wir müssen erstmal verscherbeln. Aber sowas von 1200. 1200, die haben nicht viel, ne? Gut, das Pferd brauchen wir jetzt gerade nicht. Und es ist auch so eine Sache. Obwohl, warte mal. Das behalten wir nochmal. Wir behalten es nochmal, weil ich da was vergessen habe. Wir verscherbeln erstmal, was wir können. Oder was zumindest nicht so wichtig ist. So, das da da. Das sind schon mal 600 Dinare für uns. Das ist schon mal gut. Oh, was haben wir denn da? Schweres Bastardschwert veredelt. Oh. Kriegsschwert zweihändig. Ach da, das kenne ich so. Das ist Kriegshackmesser. Das ist gar nicht schlecht im Online-Modus gewesen. Das kenne ich sogar noch. Eine Pieke. Ein Rabenschnabel. Wiederhakenpfeile. Plus zwei auf Schaden. Würde mir natürlich ein bisschen helfen. Ich bin da halt immer so am überlegen. Aber die Wiederhakenpfeile, die werden vielleicht... Wisst ihr was? Die gönne ich mir mal. Ja, die habe ich mir einfach mal gegönnt. So. Gut. Das heißt, wir kriegen noch 400 Dinare. Wir haben noch genug zu essen. Gehen wir in die Schenke. Ist hier ein Reisender? Ein Schelite-Schwertkämpfer? Nö. Okay. Gut. Dann machen wir jetzt noch schnell den kleinen Mikro-Management-Kram. Und zwar... Erstmal den Trupp. Erstmal alles, was wir können. Genau. Du auch noch dazu. Und der Scharmützler. Oh, da sind sogar zwei. Sehr gut. Ah, endlich hier unten. Nordkrieger. Endlich. Rückst du auf. Und du auch noch. Ein Scharmützler mehr. Das ist schon mal gut. Der gute Bunduk. Mit seiner Armbrust. Der gute Bunduk. Der hat natürlich... Hm. Wir machen bei dem mal ein bisschen Intelligance. Das ist vielleicht nicht verkehrt. So. Ah. Schlagkraft. Boah. Ich meine, er ist immer im Nahkampf dabei. Das stimmt schon. Den Schild wäre natürlich auch so eine Sache, dass wir bei ihm mal hochkriegen. Andererseits wäre es vielleicht auch nicht verkehrt, bei ihm mal die Anführerschaft hochzumachen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Das ist immer so eine Sache. Einerseits, andererseits. Wisst ihr was? Wir erhöhen bei ihm einfach auch nochmal die Schlagkraft. Und den Schild. So. Und natürlich bei ihm. Er hat eine einhändige Waffe. Das heißt, wir machen das mal so. Und gut ist. Armbrüste ist er schon auf 193. Das ist gut. Das ist sehr gut. So. Gut. Damit ist er auch aufgerüstet. Und wir müssen halt immer noch unsere Gefangenen loswerden. Ah. Oh. Reisender. Okay. Ich wollte nur mal testen, ob das geht. Aber irgendwie scheint es noch nicht zu klappen. Vielleicht. So. Probieren wir es einfach nochmal. Schenke. Ne. Scheint echt nicht so zu klappen. Ne. Leider nicht. Das ist. Ich kann mir auch nicht genau vorstellen, dass das klappt. Weil es muss ja Zeit vergehen quasi. Die Marschallschaft an Graf Delinat. Unser Freund. Marschall, wartet auf mir. Wenn das mein mutiger Held ist. Jawohl. Ich höre, ihr habt ihr mir Irrwahnbekämpfen besiegt. Ich wünsche euch. Ja, natürlich. Vielen Dank. Habt ihr Aufgaben? Ja, in der Tat. Waldbanditlager angreifen. Ja. Ja, okay. Wir wissen eh, wo es ist. Also von daher. Das ist nämlich nicht weit weg. Das ist nämlich gleich da oben. Das ist ein Käse. Das ist nämlich sowieso eine einfache Aufgabe. Allerdings bin ich mir auch ziemlich sicher, dass er persönlich bald uns rufen wird. Aber das sehen wir dann erst wahrscheinlich in der nächsten Folge. Also sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut und ciao.